Das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Alkohol macht mich aggressiv. Wenn ich davon einlauche nach der Arbeit, ich kann schlafen, ich kann gut essen. Es macht alles Spaß. Legalisieren? Auf jeden Fall ein Ja. Ein ganz großes Ja. Was meinst du genau? Ja, also er zumindest will die Legalisierung. Hallo Europe. Und auch immer mehr Promis bekennen sich offen zum Cannabiskonsum oder outen sich zumindest als Sympathisanten. Grünpolitiker Cem Özdemir ließ sich sogar mit seiner Hanfpflanze filmen. Kiffen? Ja oder nein? Egal, wie man diese Frage für sich selbst beantwortet, in Deutschland ist sowohl Kauf als auch Verkauf von Cannabis illegal. Trotzdem kann man Gras an vielen Stellen kaufen und das, obwohl die Polizei einiges dagegen tut. Wie zum Beispiel in Berlin im Görlitzer Park. Da greift die Polizei gerade täglich hart gegen die Dealer durch. Wie erfolgreich das ist, habe ich mir mal an einem beliebigen Wochentag im Park angeguckt. Das ist er, Berlins zur Zeit berühmtester Drogenumschlagsort. Der Görlitzer Park mitten im Stadtteil Kreuzberg. Hier wird gejoggt, spaziert, gespielt. Sogar ein Streichelzoo gibt es und gleich nebenan eben auch Drogendealer. Ich bin unterwegs mit Lorenz Rollhäuser. Er wohnt direkt am Park und hat zusammen mit anderen Anwohnern eine Initiative gegründet, die auf Dialog setzt. Und eben nicht nur auf Polizeipräsenz. Nun wurde einiges unternommen, um diesen Park drogenfreier zu bekommen. Wie erleben Sie dann die aktuelle Situation hier? Im Moment ist es vergleichsweise ruhig für uns. Wir hatten im Sommer, im vergangenen Sommer, eine Situation, die war so, dass wir das Gefühl hatten, das ufert jetzt aus. Der Park war sich selbst überlassen. Hier standen 100 bis 200 Leute, haben Drogen verkauft drumherum. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. 200 Leute, die hier stehen und... Der Park ist ja groß. Die verteilen sich dann halt auch in alle Ecken. Und jetzt ständige Polizeikontrollen. Damit die Dealer sich nicht mehr verstecken können, wurden die Büsche getrimmt. Ist das jetzt die Dauerlösung? Berlin will eine Touristenmetropole sein, will eine Partymetropole sein. Wenn es eine Partymetropole sein will, wird es auch eine Drogenmetropole sein. Die Clubs sind nicht weit von hier. Die Leute wollen ihr Zeug irgendwo kaufen. In dem Moment, wo ich nicht permanent angesprochen werde, wo nicht die Wege zugestellt werden, wo nicht im Umfeld der Dealerei sich Kriminalität entwickelt, die mit den Dealern selbst gar nicht unbedingt was zu tun hat, werde ich bereit sein, damit zu leben. Jetzt will ich's wissen. Wie leicht bekommt man hier immer noch Gras? Gefilmt mit versteckter Kamera. 10 Euro? Für 10 Euro bekommst du 1 Gramm. Das ist total krass. Wir gehen jetzt hier gerade mal, ich sage 10 Sekunden lang. Und schon hätte ich direkt hier vor allen Leuten was kaufen können. Ich bin total geschockt. Weitere 5 Minuten, weitere 2 Angebote. Links Mutter mit Baby, rechts ein prall gefühltes Tütchen Gras. Ich kaufe selbstverständlich nichts. Also ich hätte, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden so viel Gras kaufen können, wie ich wollte. Trotz aller polizeilichen Maßnahmen, Diener gibt es hier nach wie vor an jeder Ecke. Auch die Berliner Regierung hat mitbekommen, dass die bisherigen Strategien nicht so richtig fruchten. Aber statt auf Dialog zu setzen, wie es sich die Anwohnerinitiative wünschen würde, wird bald noch ein Gang höher geschaltet. Ab voraussichtlich April wird nun die Null-Toleranz-Strategie gefahren. Dann geht's auch den Käufern an den Kragen. Das heißt, in bestimmten Gegenden, wie zum Beispiel im Görli, darf man keinen einzigen Krümel Cannabis mehr dabei haben. Bis jetzt lag die geduldete Menge bei 15 Gramm. Und jetzt ein kleines Ratespiel. Was ist das liberalste Land in Europa, wenn es ums Kiffen geht? Nein, nicht Holland, sondern, hier sehen wir es schon, Tschechien, das Jamaika-Osteuropas. Hier gilt, man verzeihe meine Ausdrucksweise, legal, illegal, scheißegal. Ja, ja, das ist Prag. Geburtsstadt von Kafka. Kunst, Kultur und Geschichte quellen aus allen Ecken. Genauso wie dieser süßliche Geruch. Marihuana, wo man hinschaut oder besser hinriecht. Vor allem in der Reggae-Szene, die dadurch ziemlich aufblüht. Messenger. Einer der bekanntesten Reggae-Musiker in Tschechien. Ballet singt er in seinem neuen Video, was so viel heißt wie Roll dir ein. Und genau das macht er auch erstmal, als wir ihn in Prag treffen. Der perfekte Joint ist der, den du selbst drehst, den du selbst angebaut hast und den du selbst rauchst. Hierher kommt er, wenn er nachdenken will, Inspiration sucht. Und oft kommen ihm Ideen für neue Lieder, gerade dann, wenn er high ist. Beim Kiffen habe ich ein tieferes Gefühl für die Musik. Dann kriege ich oft einen Schub Inspiration. Aber den Text oder die Melodie schreibe ich erst später auf. Man ist nicht wirklich produktiv in dem Zustand. Der Umgang mit Marihuana scheint liberal. Inzwischen wird dieses Image sogar vermarktet mit Cannabis-Absinth, Cannabis-Lollis oder Cannabis-Wodka. Legal ist Kiffen allerdings auch in Tschechien nicht. Doch wer bis zu 10 Gramm Marihuana besitzt, dem droht gerade mal ein kleines Bußgeld. Besuch in Prags größtem Grow-Shop. Offiziell hat hier gar nichts mit Cannabis zu tun. Und doch gibt's jede Menge Zubehör für den Eigenanbau. Und die ganze Familie kauft ein. Völlig normal, meint der Besitzer. Man sei eben eine liberale Gesellschaft. Es gibt in Tschechien keine großen sozialen Probleme mit Marihuana. Und viele Leute haben schon vor Jahren herausgefunden, dass man gegen Krankheiten entweder Tabletten schlucken kann oder was Pflanzliches, Natürliches nehmen kann, was man im eigenen Garten anbaut. Wir haben also eine große Tradition, was den Eigenanbau angeht. Auch dieser Laden hat Tradition. Der Cross-Club, eine Institution in Prag und Treffpunkt für alle Reggae-Fans. Messenger ist auch da. Vorbereitung auf seinen Auftritt. Das Erntefest feiern sie heute mit dem ein oder anderen Joint. Wir tolerieren das Kiffen hier. Denn aus meiner Sicht verringert Hasch ganz sicher Konflikte. Es ist eine viel friedlichere Droge als Alkohol. Deshalb haben wir auch keine Probleme mit Exzessen und Schlägereien oder sowas. Friedlich und ein bisschen bekifft feiern sie also. Mit einer ganz klaren Message. Ganja, also Marihuana, sei die Rettung. Wir hoffen auf die absolute Legalisierung und Entkriminalisierung. Wir wollen die Freiheit anzubauen, zu rauchen und zu verkaufen. Die absolute Legalisierung. Das ist der Weg. Amen. Nun ja, diesen Weg der Legalisierung haben ja jüngst auch einige Staaten in den USA eingeschlagen. Nach dem jahrzehntelangen War on Drugs, dem Kampf gegen die Drogen, wird in Alaska, Oregon, Colorado und Washington cannabisfrei verkauft. Und wie geht man mit dem pflanzlichen Genussmittel in Europa um? Die nackten Fakten. Cannabis ist die in Europa am häufigsten konsumierte Droge. Auch wenn es große Unterschiede innerhalb der EU gibt. Am meisten gekifft wird laut Umfragen in Dänemark. 33 Prozent der Dänen sagen, dass sie schon mal Cannabis konsumiert hätten. Dagegen liegt der Anteil der bekennenden Kiffer in Rumänien bei gerade mal 1,6 Prozent. Große Unterschiede gibt es auch in den Gesetzen. Grundsätzlich sind Handel und Herstellung in ganz Europa illegal. Allerdings werden Konsum und Besitz geringerer Mengen in manchen Ländern geduldet. Dazu gehören Tschechien, die Niederlande, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Österreich und die Schweiz. Auch in Deutschland ist der Konsum von Cannabis streng genommen nicht verboten. Frankreich hat im Vergleich dazu relativ strenge Gesetze. Wer mit Cannabis erwischt wird, dem droht bis zu einem Jahr Gefängnis. Jährlich werden in der Europäischen Union etwa 580 Tonnen Cannabis sichergestellt. Der Polizei in Italien gelang 2012 ein Wahnsinns-Kuh gegen die Cannabis-Bauern. Mehr als vier Millionen Pflanzen wurden zwangsgeerntet und vernichtet. So viel wie nirgendwo sonst auf der Welt. Hm, klingt ganz schön verworren. Ist es nicht höchste Zeit für eine gemeinsame europäische Regelung? Was sagt denn eigentlich die EU zum Thema Cannabis? Bisher nicht besonders viel. Dabei gibt es in Belgien, wo die EU-Kommission ihren Hauptsitz hat, eine ziemlich praktische Lösung für den Umgang mit Gras. Sogenannte Cannabis-Social-Clubs. Quasi Kleingärtnervereine für Liebhaber von besonderen Gräsern. Diesen Joint baut ein Todgeweiter. Oma Scheire wird bald sterben und er redet ganz offen darüber. Nach Jahren furchtbarer Schmerzen raucht der Krebskranke seit einiger Zeit Cannabis. Klassische Medikamente lindern Omas Schmerzen nicht. Ich nehme so viele von der ganzen Zeit und die helfen mir nichts. Ganz nichts, 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 nichts. Und nur das. Das, was Oma einzig hilft, ist Cannabis. Früher hat Omas Sohn die Droge für ihn auf der Straße gekauft. Die Qualität war schlecht. Das Cannabis war häufig mit Haarspray, Blei oder gar Schimmel gestreckt. Heute kommt Job Omen vorbei. Job hat den belgischen Cannabis Social Club gegründet. Oma ist Mitglied. Und Job hat ihm seine frische Ernte mitgebracht. Jetzt hat er noch etwas länger gelegen. Jetzt wird er noch etwas besser. Ja, 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 ja. Das ist gleich klein. Rückblick 2006. Die öffentliche Gründung des Cannabis Social Clubs verlief so, wie man es erwarten durfte. Polizei, Verhaftung, Gericht, Verurteilung. Aber dann gab es eine Überraschung. In der Berufung gewannen Job und seine Mitstreiter. Unterwegs zu einem von 17 über ganz Belgien verteilten, starke, sicherten und vor allem geheimen Räumen. Hier wächst Hanf des Cannabis Social Clubs. Jedem der 380 Mitglieder gehört genau eine Pflanze. Das toleriert der belgische Staat. Der Jahresbeitrag liegt bei 25 Euro. Jedes Gramm der Ernte kostet weitere 7. Damit wird Strom, Wasser und der Gärtner bezahlt. Gewinn darf der Verein mit dem Anbau nicht machen. Job Omen will vor allem die Dealer verdrängen. Gesundheit und ein gutes Produkt sind denen egal. Die wollen nur Geld machen. Wir können die loswerden, indem wir für klare Verhältnisse sorgen. Genau das macht der Cannabis Social Club. Das alles passiert direkt vor der Haustür der EU-Kommission. Ob dort jemand den liberalen Umgang der Belgier mit Cannabis zur Kenntnis nimmt, weiß man nicht. Niemand bei der EU-Kommission will ein Interview zu diesem Thema geben. Jahrelang kleidete sich Dana Spinant mit dem Titel der Koordinatorin der Anti-Drogeneinheit der Europäischen Kommission. Doch die Expertin wiederholt in Videos stets ein überraschendes Mantra. Die EU sei gar nicht zuständig. Es liegt im Ermessen jedes einzelnen Mitgliedstaates, ob er Drogengebrauch kriminalisiert, entkriminalisiert oder legalisiert. Das ist schlicht und einfach nationale Kompetenz. Die Europäische Kommission hat und wird es unterlassen, Kommentare oder Empfehlungen zu den nationalen Bewertungen in dieser Sache abzugeben. Das ist einigermaßen erstaunlich, denn in ihrer eigenen Drogenstrategie erklärt die Europäische Union, dass mit dieser EU-Strategie ein Mehrwert gegenüber den nationalen Strategien erbracht werden soll. Die EU-Kommission erklärt sich also durchaus für zuständig. Doch es bleibt dabei kein Interview zum Thema Cannabis-Legalisierung. We'd like to talk, wir würden gerne reden, so hieß dann konsequenterweise eine europäische Bürgerinitiative. Binnen zwölf Monaten wollten die organisierenden Kiffer die benötigten eine Million Unterschriften sammeln, denn dann hätte sich die EU-Kommission mit dem Thema Cannabis-Legalisierung befassen müssen. Allerdings ist We'd like to talk krachend gescheitert. Nur 170.000 Europäer haben unterschrieben. Zurück beim Cannabis Social Club. Normalerweise darf man in Belgien maximal drei Gramm Cannabis bei sich haben. Job Ohmen erklärt, wie er und seine listigen Mitstreiter es schaffen, dass sie trotzdem ihre gesamte Ernte, also zwischen 20 und 60 Gramm auf einmal, mitnehmen dürfen. Das hier wäre eigentlich illegal in Belgien. Man darf nur drei Gramm dabei haben. Aber wenn man es zusammen mit den Stängeln und Blättern der Pflanze transportiert, dann ist das eine Pflanze. Und das ist in Belgien gemäß einer Richtlinie von 2006 erlaubt. Wer kiffen will, muss also kreativ sein. Rechtliche Schlupflöcher lassen sich scheinbar immer finden. Darum also nicht einfach legalisieren? Dear opinion. Nein, weil ich es für nicht gut halte. Weil kiffen was für Hippies ist und ich das grundsätzlich ablehne. Legalisieren. Ich weiß nicht, ob man den Verkauf freigeben sollte. Vielleicht für kleine Züchter. Aber sobald sich da irgendwelche großen Züchter einschalten, wird das ein Spielfeld für Kriminelle. Wegen mir kann man es legalisieren, weil ich finde, im Endeffekt ist es egal. Die einen trinken sich zu, die anderen rauchen wie ein Schlot, wie hier. Von daher, also die Folgen von Cannabis sind zwar langfristig nicht ganz so gut, aber es ist im Endeffekt fast gesünder als Alkohol. Von daher, warum nicht? An dieser Stelle muss fairerweise auch noch eine andere Alternative aufgezeigt werden. Man kann es auch einfach lassen, also nicht rauchen, klar in der Birne sein. Wer das nicht will, der kann Drogentourismus betreiben. In Colorado hat sich innerhalb kürzester Zeit ein regelrechter Industriezweig entwickelt. Es gibt sogar schon Cannabis-Bustouren, Marihuana, Süßigkeiten und selbstverständlich sämtliche Rauchutensilien. Bei den Fashionistas sind gerade solche Vaporizer angesagt. An diesem hier soll sogar Steve Jobs mitgearbeitet haben. Hier unten kommt das Gras rein, so, und eine Lampe sagt dann, wann es rauchbereit ist. Und dann einfach nur noch den Dampf hier einziehen. Angeblich die gesündeste Art, das Zeug zu konsumieren, weil es ja auch kein Tabak da drin hat. Und da sind wir schon direkt beim nächsten Thema in der Legalisierungsdebatte. Wie ist es denn mit den gesundheitlichen Risiken? Werden Kiffer alle irgendwann ballerballer? Unter anderem darum soll es jetzt in unserem Pro-Contra-Check gehen. Stopp! Cannabis legal im Laden, so wie hier in Colorado. Auf keinen Fall. Easy, liebe Kollegin. Bitte mal runterkommen. Es sind doch immer mehr Wissenschaftler für eine Legalisierung. Darunter mehr als 100 deutsche Strafrechtsprofessoren. Bernd Verse gehört zum Forschernetzwerk Schildauer Kreis. Die schauen endlich mal ohne Vorurteile auf Cannabis. Das Wichtigste an der ganzen Debatte finde ich im Grunde genommen die Kriminalisierung der Konsumenten, die immer noch massenhaft stattfindet und die auch so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip stattfindet. Die allermeisten von denen entwickeln keine nennenswerten Probleme mit diesen Drogen. Und wenn sie Pech haben und vielleicht auch ein bisschen mehr in der Tasche haben, dann erwartet sie auch empfindliche Strafen, die absolut unverhältnismäßig sind. Dabei könnte der Staat doch uns Bürgern tief in die Tasche greifen. So wie bei der Tabaksteuer. Legales Cannabis würde pro Jahr bis zu 1,4 Milliarden Euro in die Kassen spülen, schätzt der Deutsche Hanfverband. Um diese Steuern zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. Und überhaupt, ein Verbot drängt doch Kiffer erst recht in die Illegalität. Hierher zu den Junkies und den richtig Kriminellen. Das sagen übrigens auch immer mehr Polizisten. Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, dem BDK. Aus Sicht des BDK macht es keinen Sinn, Ermittlungsverfahren gegen Menschen einzuleiten, die zum einen aus unserer Sicht nicht unbedingt kriminell sind, sondern einfach nur Rauschgift konsumieren. Und diese Verfahren dann in einem zweiten Schritt durch die Staatsanwaltschaft eingestellt werden. Wir sind der Meinung, dass wir dort, wo das eben passiert, für den Papierkorb arbeiten. Pro Jahr leiten Polizisten 145.000 Verfahren wegen Marihuana ein. Die meisten davon eingestellt. Wegen geringer Menge. Es gibt ja viele Bereiche derzeit in der Bundesrepublik, die weitaus mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Nennen wir mal den Terrorismus, nennen wir die Einbruchskriminalität. Und die Frage wäre halt, ob wir dann bei frei werdenden Ressourcen in diesen Deliktsbereichen ein wenig mehr investieren können an Personal. Liebe Kollegin, sollen wir Terroristen verfolgen oder doch lieber die Kiffer in der Nachbarschaft? Es geht ein riesengroßer Däunt in unserem Kreis herum, die Lungen. Moment mal, Gras ist kein Kinderkram, sondern gefährlich. Kiffen kann nämlich Psychosen auslösen. Und in bestimmten Fällen sogar Schizophrenien. Dr. Behrendt Malchow behandelt in der Uniklinik München oft Patienten mit Cannabis-Erfahrung. Was man dann sieht, ist häufig, dass diese Patienten, die Cannabis konsumiert haben, im Gegensatz zu denen, die zum Beispiel keinen Cannabis konsumiert haben, dass die eher jünger in ihrem Leben erkranken an einer ersten schizophrenen Episode, dass die Symptome stärker sind. Und das Lachen der kiffenden Kumpel wirkt plötzlich bedrohlich. Der Trip macht keinen Spaß mehr, sondern Angst. Und manche kommen gar nicht wieder runter. Also es ist schon so, dass bei bestimmten Menschen Cannabis-Konsum den Ausbruch einer Psychose begünstigen, fördern kann. Und man weiß vorher nicht, ob man zu den Menschen gehört, die potenziell eine Psychose entwickeln könnten oder nicht. Und noch was macht dem Arzt Sorgen. Der Stoff wird immer härter. Das Gras von heute hat eine zigmal stärkere Wirkung als die Joints der 60er Jahre. Mal ehrlich, lieber Kollege. So was willst du zum Verkauf freigeben? Natürlich. Denn wer sauberes Gras will, muss es kontrolliert verkaufen. Für Kranke wie ihn gibt's das ja schon. Ich hatte 2002 einen unverschuldeten Motorradunfall und bin jetzt Schmerzpatient. Ich habe Frakturen vom linken Unterschenkel hoch bis in den linken Unterkiefer. Cannabis nehme ich mit einem Vaporisator zu mir. Das heißt, ich verdampfe das Cannabis mit einem entsprechenden Gerät. Etwa eine halbe Minute bis eine Minute nach dem Inhalieren tritt dann bei mir schon eine Entspannung, eine Lockerung der Muskulatur ein. Und dadurch wird bei mir auch der Schmerz weniger. Sein Gras bezieht er aus der Apotheke. Doch die Kasse zahlt keinen Cent dazu. Ein Skandal, sagt Schmerzarzt Dr. Gerhard Müller-Schwefe. Denn unser Körper selbst produziert ja Cannabis-ähnliche Stoffe. Wenn irgendwas in unserem Nervensystem aktiv geworden ist und immer weiter aktiv bleibt, dann muss das irgendwann mal wieder abgeschaltet und beendet werden. Dafür ist dieses Cannabis-System verantwortlich. Und es gibt Patienten, bei denen das System massiv geschädigt ist, zum Beispiel Missbrauchsopfer. Patienten, die psychisch traumatisiert sind, bei denen wird dieses System nachhaltig geschädigt. Und wir ergänzen das verlorengegangene System durch die externe Gabe von Cannabis-Derivaten. Er verschreibt Cannabis, weil es Menschen hilft. Aber andere macht es kaputt. Immer mehr Leute brauchen eine Therapie, weil sie wegen Cannabis nichts mehr auf die Reihe kriegen. Er hier hat mit 16 angefangen zu kiffen und die Sucht noch immer nicht besiegt. Er will deshalb auf keinen Fall erkannt werden. Ich kann dir nicht sagen, dass die ersten Male scheiße waren. Also das war total lustig. Und es sind auch echt coole Erinnerungen, die ich da dran hab. Aber der Weg, den das Ganze nimmt, den hat, glaube ich, keiner unter Kontrolle. Und jeder, der denkt, er hätte ihn unter Kontrolle, hängt schon tiefer in der Scheiße, als er überhaupt weiß. Wenn man dann anfängt, das Ganze nur zu machen, wenn es einem schlecht geht, und dann noch schlimmer regelmäßig und noch viel schlimmer alleine, dann ist man schon so weit drin, dass man da alleine nicht mehr rauskommt. Seine Therapeutin, Dr. Eva Hoch, forscht seit 15 Jahren zum Thema Sucht und schreibt Expertisen für die EU. Sie findet es bedenklich, dass die Kiffer immer jünger werden. In der Pubertät verändert sich ja der ganze Körper und auch das Gehirn reift. Da finden ganz wichtige, ganz zentrale Reifungsprozesse, Umbauprozesse statt. Und wenn da das Cannabis dazukommt, dann wird diese Gehirnentwicklung gestört. Eine Sache könnte sein, wenn eine Legalisierung kommt, dass das bei Jugendlichen als Signal verstanden wird, Naja, Cannabis ist doch nicht so gefährlich. Das ist lange Zeit überschätzt worden, die Gefahren. Junge Menschen, denen das Kiffen nicht mehr gesetzlich verboten wird, könnten in zehn Jahren hier in der Praxis sitzen. Noch nie waren so viele wegen Cannabis-Sucht in Behandlung wie zurzeit, in ganz Europa. Man muss dann ein ganzes Leben lang damit kämpfen, dass dieser Teil von einem, der den Konsum möchte, nicht überhandnimmt. Hätte ich das vorher gewusst, dass es so wird, hätte ich alles, was in meiner Macht steht, getan, um das zu vermeiden. Deshalb Nein zur Legalisierung einer Droge, deren gefährliche Wirkung kaum einer kennt. Ich bleib dabei. Nichts ist so sinnvoll, wie eine Legalisierung, deren Zeit gekommen ist. Und was meinen Sie? Sind Sie reif für den legalen Coffeeshop um die Ecke? Oder sollte der Staat eher noch härter durchgreifen, ähnlich wie es jetzt in den neuen No-Drug-Areas in Berlin versucht werden soll? Schreiben Sie uns auf Facebook. Und alle, die unentschieden sind, können es ja wie Bill Clinton machen, kiffen, aber ohne inhalieren. Ich liebe Europa, aber ich finde, wir sollten uns mehr um die Umwelt kümmern und unbedingt über den Klimawandel reden. Das ist ein Rissure.